Wer ist pünktlicher? Wer war letztens eine Stunde vorher da? Also ich bin immer pünktlicher da, weil ich muss weiterfahren. Wer hat mehr Schuhe? Wer hat die schönere Frisur? Das ist keine Diskussion. Wer ist pünktlicher? Richtig. Wer hat die schönere Frisur? Das ist keine Diskussion. Richtig. Wer kann länger ohne Handy? Richtig. 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 Wer hat die schönere Frisur? Jetzt oder? Ja, jetzt ist es mit mir. Schade. Scheisse. Wer hat mehr Schuhe? 100 Besatz. Wer ist der bessere Fahrer? Falsch. Nein? Nehmat. 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 Wer ist pünktlicher? Falsch. Das ist Selbstüberschätzung, mein Freund. Nein, ich bin immer pünktlich. Wer hat die schönere Frisur? Ja, ganz klar. Ja. Falsch. Wer jammert mehr bei Laufeinheiten? Ganz klar, ja. Richtig. Ach so. Wer ist pünktlicher? Ja. 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 Wer sagt mehr? Falsch. Falsch. Hast du gerade dich gezeigt, oder was? Natürlich. Zweimal. Ja, okay. Zweimal. Aber ansonsten. Wer hat die schönere Frisur? Richtig. So klar, dass du dich sagst. Wer jammert mehr bei Laufeinheiten? Wer jammert mehr bei Laufeinheiten? Richtig. Richtig.